Leute, was soll ich noch sagen? Die meisten von euch werden es wissen. Wir haben wieder Tommy Morgenstern, Oliver Siebeck und David Nathan in ihren bekannten Rollen. Auch unglaublich viele Nebencharaktere klingen wieder wie in Dragon Ball Z. Mein persönliches Highlight ist Björn Schaller als Bardock. Oh mein Gott. Einige Charaktere wurden ausgewechselt, aber das wäre jetzt Meckern auf hohem Niveau, zumal es ja auch Todesfälle gab. Die Sprecherliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im Kino. Wir sehen uns im Kino.